Und damit willkommen zu einem neuen Rangkampfpart. Heute mal wieder mit Turmkommando hier in Serie. Und eigentlich wäre heute so ein Aufstiegskampf dran gewesen. Keine Ahnung was das genau ist. Das war ja unser letzter Stand. Problem an der Sache ist, dass die Season zwischenzeitlich aufgehört hat. Wir sind ja jetzt in der Fröstelsaison und dadurch wurde jetzt mein Rang auch wieder, ich sag mal, ein bisschen zurückgesetzt. Wir haben wieder weniger Rangpunkte als noch vorher und auch bin ich jetzt, glaube ich, wieder ein Rang weniger oder irgendwie so. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall hat sich da ein bisschen was getan. Und dass du da oben bist, das gefällt mir nicht. Da ist noch nichts weiter. Und natürlich war da eine Haftbammer. Das war klug von demjenigen. Dadurch, ja, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, wenn eine Saison endet. Und, äh, vorher will ich es ja schön. Wenn eine Saison endet und ich kurz vorm Aufstiegskampf bin oder so, dann muss ich halt da den Aufstiegskampf noch machen. Auf jeden Fall, zum nächsten Mal habe ich auf jeden Fall ein Ziel, dass ich diesen Aufstiegskampf dann auf jeden Fall mache. Das auf jeden Fall. So, komm, du da. Oder so. So geht es natürlich auch. Äh, ich muss mal wieder ein bisschen färben. Aber, wir haben Checkpoint 2 erreicht. Das ist super, das ist super. Hallo? Du da unten? Nee, hast du ja gedacht. Hast du ja so gedacht. Hast du ja so gedacht. Ich muss den da unten vielleicht mal kriegen oder vielleicht auch nicht. Warum ist noch jemand? Nein, ich bin runtergelaufen. Okay, das war fail. Aber gut, der Tom ist eh entgegnet. Da steht jemand da hinten. Da kann ich mal hinspringen. Ich weiß nicht, was den hier da gerade... Warum setzt denn da seine Spezialattacke ein? Aber gut, gut, gut. Dann ist es so. Ah, cool, cool. Das gefällt mir nicht. Ach, nee, der hat mich auch bekommen. Hier in Rangkraft geht es auf jeden Fall wieder ordentlich ab. Was natürlich sehr, sehr schön ist. Das wollen wir ja so. Mal gucken, ob wir die Serie gewinnen. Gar keine Ahnung. Äh, Tom-Kommando mag ich eigentlich. Daher hoffe ich mal, dass das hier funktioniert. So, mal kurz draufschießen noch. Sehr gut, teammate. Wir liegen aktuell noch schön vorne. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Aber das heißt noch lange nichts. Das heißt so, es haben noch lange nichts. Muss mal kurz hier runter. Sinten nachher an. Und hier wieder hoch. Ich sagte, hier wieder hoch. Danke sehr. Nee, nee, nee. Au. He, he. Hier, ein paar Getränke nehme ich auch mal mit. Ha, 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 die Haftbombe. Die war's. Sehr schön. Ja, gut, okay. Okay. Kann sein, dass ich nochmal einen Punkt gemacht habe. Das ist gut möglich. Oh, die stehen noch alle da. Das ist sehr, sehr schön. Vielleicht kriegen wir einen K.O. Sieg hin. Das wäre ganz cool. Da war jetzt noch jemand anderes. Ja, da ist noch jemand. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, Feuerwicht. Sehr schön. Okay. Ich gehe mit nach vorne. Und versuche mal ein bisschen hier anzugreifen. Ja, natürlich haben die jetzt alle eine Rüstung. Aber vielleicht. Achso, Checkpoint 3 mussten wir erstmal erreichen. So, 5, 4, 3, 2. Na. Komm, komm. Ich springe hin. Jetzt. K.O. Sieg. Huh. Jetzt, 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 jetzt. Sehr schön. Bei dem Team bleibe ich jetzt auch erstmal. Sofern das Splatoon-mäßig heute klappt. Wir hatten heute schon den Revierkampf-Part von Montag aufgenommen. Da gab es ja ein paar Disconnects. Also, von daher bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass das hier so, äh, klappt. Zumal Rangkampf, es gibt eigentlich einen Rangkampf bei mir in den Parts immer, äh, ein Disconnect in der Warterunde. Eigentlich immer. 13 Kills, 5 Tote. Lässt sich sehen. Bisschen zu viel gestorben nach meinem Geschmack. Aber trotzdem bin ich zufrieden damit. Yes, yes. Irgendwer hat auch Geldbonus. Das finde ich auch ganz nice. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, ja. Das lässt sich sehen. Okay. Immer noch dasselbe Team. Kein Disconnect. Alles gut. Alles gut. Komplett dasselbe Team. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann wollen wir mal weiter gucken. Wir sind jetzt auf dieser Map hier. Da waren wir doch... Ist das die Map von eben? Ich glaube, ja. Ist ja eine, äh, Splatoon 3 Map. Äh, ja. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Die finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Das ist eine gute Map. So, direkt mal eine Haftbamme hoch. Und ich laufe mal hier mal ein bisschen dran vorbei. Was? Turm erstmal in Gegenhand. Okay, da hat sich jemand, äh, ähm, sich so ein bisschen geschützt. Und dann war da halt noch ein Gegner. So ein ganz weit weg. Den ich nicht gesehen habe, leider. Das war ein misslungener Start für mich. Und auch für uns generell als Team, weil... Die haben die Führung. Ich glaube ja nicht, dass ich da jetzt so hoch laufe. Hier ist ein Roller. Ja gut. Gegen den Roller konnte ich so nichts machen. Jetzt ist doch jetzt hier nicht wahr. Die machen mehr Punkte. Immer mehr Punkte. Immer mehr Punkte. Also irgendwie, irgendwie haben wir gerade einen Hänger. Wir haben gerade einen Hänger. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich warte mal kurz hier. Dass wir auch als geballtes Team dann hier angreifen. Ich gehe mal hier hoch. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ach. Ich war auch ein bisschen konzentriert darauf, äh, von diesen... Von dieser Druckwelle auszuweichen. Und dann kam halt noch die Kuh. Cool, da konnte ich nichts machen. Die haben immer... Haben die immer noch? Wir müssen das jetzt mal hier stoppen. So, hier. Weg mit dir. Und weg mit dir. So, voll erwischt. Sehr schön. Ei, ei, ei. Wir müssen jetzt eigentlich einen K.O. Sieg machen schon fast. Um noch überhaupt zu gewinnen. Gar kein guter Anfang. Hier mal ein paar Getränke für uns. Wir müssen mal alles umfärmen. Da oben steht schon jemand. Ja, klar konnte man mich da kriegen. Ist klar. Gut, dass ich Getränke hatte. Somit spawn ich ganz schnell wieder. So, zack. Turm gesichert. Ich geh mal... Ich geh mal auf den Turm rauf, damit wir mal ein paar Punkte machen. Da war vorher jemand drinnen, aber... Ah, sehr schön, Timmett. Oder drauf. Äh, allerdings ist der hier wieder runtergegangen. Warum auch immer. So, Checkpoint 1 passiert. Sehr schön. So, hier. Zack. Wunderbar, wunderbar. Achtung, Kassbomber. Kuhl, Kugel. Da kam ich nicht weg. Die Kuhl, Kugel war gut geworfen, aber... Die anderen drei leben noch. Ich springe hin. Ich springe hin. Ja, moin. Ich... Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich überlebe. Ich hab echt nicht damit gerechnet. Aber... Wir drehen... Wir leben immer noch. Wir müssen jetzt den Checkpoint passieren und irgendwie Führung übernehmen. Ja, da kam noch der Roller. Da kam noch der Roller. Es lebt immer noch... Es lebt immer noch einer. Ich... Ich muss hin. Ich muss hin. Das ist unsere Chance jetzt hier. Nein. Ich hab den noch bekommen. Komm, Timmett. Ich springe hin. Ich springe hin. Ich springe hin. Das ist unsere Chance jetzt hier. Wie schlecht bin ich im Zielen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich springe wieder hin. Die sind nur am Sterben, aber... Ich merke eine Kuckuck. Ich muss hier weg. Ja, jeder Kill ist wichtig. Jeder Kill ist jetzt hier wichtig. Jetzt. Nein. Nein. Ach, die hatten auch fünf und nicht sechs. Äh, okay, okay. Aber... Ja, 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 ja. Wir haben die Führung. Wir haben die Führung. Oh mein Gott, ey. Wir haben den Chaos-Sieg. Was ist das? Was ist das? Das ist... Krank. Krank. Oh, ich bin so viel gestorben und hab kaum Kills gemacht. Ich war so schlecht diese Runde. Ich war so schlecht. Ich bin gespannt jetzt auf meine, äh, Stats. Aber... Deutlich mehr Tode als Kills bestimmt. Obwohl... Ich hätte mit mehr Unterschied gerechnet. Aber okay. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wow. Weiter jetzt. Ach. W-W-W-W-W mit 22 Kills. Boah. Der hat das Team gecurried. Auf geht's zu Runde 3. Immer noch das komplett selbe Team. Also, das bleibt so aktuell. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut. Und... Dann gucken wir mal, was jetzt hier draus wird. Auf der anderen Map. Wir haben jetzt die andere Map. Die noch drinne. War's, Mist. Ist das Senkluft? Oder war's die andere Senkluft? Mit den Namen kenne ich mich halt noch nicht so aus. Ne, warte, das ist doch ein Splatoon 2 Map. Das ist doch... Hier, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ah! Mir fällt der Name nicht ein. Achso, da... Ich hatte gerade so angenommen, dass der, der da unten steht, noch ein Teammate irgendwie ist. Aber wir führen. Sehr schön. Ich springe hin, ich springe hin. WWW ist wieder drauf. Wer so viele Kills eben hatte. Okay, ich bleibe drauf, ich bleibe drauf, ich bleibe drauf. Einer muss ja draufbleiben, einer muss draufbleiben. Da mal eine Haftbombe hinschmeißen. Oh, sehr schön, Team-Ed. Ich mach mal hier mal, zack. Nein, 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 nein. Okay, das war eine Kabel, die mich da gut bekommen hat. Allerdings, ich springe wieder hin. Ich konnte schnell spawnen durch meine Getränke. Sehr schön. Achso! Was? Okay. 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 Ist okay, nehme ich. Nehme ich den Sieg. Den nehme ich. Okay. Da hat mich die Aufmermer nicht schnell genug bekommen. Hey, ich bin Wegbereiter. Juhu. Schön. Aber, ja gut, das war jetzt eine schnelle Runde. Da kann ich jetzt nicht sagen, war ich gut, war ich schlecht. Gut, ich habe nur einen Kill, drei Tote. Ja, gut. Ich war aber auch, ich war halt die Zielscheibe auf dem Turm. Daher, drei Tote ist da vielleicht gar nicht mal so ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Wow. Schlechte Neuigkeiten. Wie, 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 wie ist raus. Ja, wahrscheinlich, entweder der hatte keinen Bock mehr auf uns, was ich eher nicht denke. Ich denke mal, seine Siegesserie wird, also seine Fünferserie ist jetzt wahrscheinlich vervollständigt. Äh, dadurch haben wir jetzt einen neuen Teammate. Aber vielleicht läuft es trotzdem sehr, sehr gut. Wir sind wieder auf der anderen Map unterwegs und gucken wir mal, was hier jetzt so draus wird. Ich versuche mal, mich von der Seite so ein bisschen anzuschleichen. Oh, ne, 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 da bin ich direkt übernommen worden. Tut mir leid, Leute, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ah, ich hoffe, ihr überlebt, Leute. Ich glaube, es sieht nicht, ja, nicht gut aus, oder? Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Okay. Ach, der lebt immer noch. Was macht, was ist mit dem denn los? Der killt alle von uns. Wird das jetzt hier die erste Niederlage oder nicht? Das ist hier die Frage. Ach du Heidi, es ist wirklich nicht gut hier. So. Das ist, fand ich frech, dass er mich da jetzt erreichen konnte. Ah, nein, 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 nein. Wow, was hat denn der für eine Reichweite da? Mit dem Platscher. Ich musste ihn mit dem Platscher kriegen, aber da ist natürlich jetzt jemand anderes noch. Nein. Oh, sehr gut, Team Ed, sehr gut. Wir liegen vorne, Gegner liegt vorne. Ich springe hin, kostet sonst zu viel Zeit. Ich muss wieder da sein. Ich muss zur Verfügung stehen hier. Achso, okay, der wurde... Okay, wir führen und wurden voll erwischt. Sehr schön. Nochmal voll erwischt. Nice. Äh, ihr bleibt da drauf. Okay. Ich mach mal hier ein paar Getränke hin. Team Ed, du da oben kannst mal runter zu den Getränken oder so passt das auch. Sehr schön. Nein. Ach, nee, das ist natürlich unnötig, dass der mich jetzt aufbekommen hat. Ich wollte da auch gar nicht runter. Ich bin aus Versehen da runtergekommen. Aber okay, das ist halt so. Da muss ich dann mitnehmen. So, tschüss. Oh, wieder voll erwischt. Sehr gut. Dann geh ich mal jetzt nach vorne und versuche die ein bisschen aufzuhalten. Sehr schön. Wir machen mal hier ein paar Getränke hin, falls wir die brauchen. Achso, nein. Äh, ja. Das war nicht die erste Niederlage. Aber umso besser. Aber umso besser. Nachher, also. Angenommen, der nächste Kampf wird wieder ein K.O. Sieg. Dann wird das ja ein sehr, sehr kurzer Part. Und ihr denkt euch bestimmt, oh, so ein kurzer Part, der hat bestimmt verloren. Zwei Niederlagen. Aber es kann ja nicht immer so gut laufen. Ja, vier Kills, vier Tode. Äh, ausgeglichen. Jo. Übrigens, ich musste 55 Punkte am Anfang bezahlen. 100 Punkte hatte ich ursprünglich. Was? Ja. Sieht gut aus. Ich glaube, der neue ist wieder raus. Dafür kam jetzt ja jemand anderes rein. Äh, ja. Mit einem Schwapper ist jetzt, äh, ein Schwapper ist mit reingekommen. Okay. Dann gucken wir mal. Okay. Die Waffen, das ist der Gegner. Zwei solche, solche Blaster, solche, 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 ich weiß nicht. Ist das Turbo Blaster? Ist das Kontra Blaster? Ich glaube, Kontra Blaster bei mir jetzt nicht sicher. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier raus machen können. Ja, genau. Die Waffe meint. Die Waffe meint. Ach, da kam jetzt noch der andere. Klar. Turm in Gegnerhand. Nicht schön. Nicht schön. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Wir hatten zwar ein bisschen Führung mal anfangs. Irgendwie den Turm bekommen. Irgendwie die Teemates. Aber das hat uns... Naja, nichts gemacht. Ja, gut. Ja. Komm, da war jetzt alles andere als schon. Warte, den kann ich doch... ...kriegen hier. Den musste ich kriegen. Wo ist denn der Turm? Da hinten ist der Turm. Ich muss unbedingt zum Turm. Von wo... Von wo schießt denn der? Von dort oben. Ich habe nicht erkannt, von wo er da schießt. Okay, das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht echt nicht gut aus. Ich muss den doch kriegen. Ja, Mann. Ich habe den bekommen. Was? Nein! Die waren doch schon tot. Leute, das ist unsere erste Niederlage. Das ist jetzt so billig. Das hätte nicht sein müssen. Ah! Das ist unbefriedigend gerade. Fünf Kids habe ich sogar. Oh, nee, ey. Aber gut, wir haben noch zwei Leben. Also von daher... Ah, ja. Es ist ärgerlich. Aber gut, weiter geht es. Weiter geht es. Okay, jetzt ist nur noch ein Teammate vorhanden. Zwei sind neu dazu gekommen. Und dann versuchen wir es jetzt irgendwie hinzutreten. Jede Niederlage ist jetzt so unnötig. Oh, die Waffen im Gegnerteam. Oh, 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 oh. Okay, optimistisch bleiben. Optimistisch bleiben. Optimistisch bleiben. Das muss schon irgendwie hinhauen. Machen wir mal da eine Haftbombe hoch. Auch jemand anderes macht eine Robobombe hoch. Versuchen wir mal von der Seite hier irgendwie anzugreifen. Okay, beide sind gestorben. Ich habe einen bekommen und irgendwie jemand anderes hat noch einen bekommen. Das war ja gar nicht mal so verkehrt. Dann kann ich da wieder hinspringen. Weil die Teammates hoffentlich alles unter Kontrolle haben. Einer muss jetzt mal den Turm besetzen. So, das mache ich mal hier. Und dann versuche ich mal von hier oben auch mal ein bisschen was zu machen. Aber ich muss halt auf meinen Rücken halt auch aufpassen. Nicht, dass da irgendwie... Ich hier Probleme kriege oder so. Okay, sehr schön. Die Teammates sind noch drauf. Ich habe da meinen Getränk hingestellt. Bedeutet, zwar sind jetzt die Teammates gestorben. Aber wir spawnen ganz schnell wieder. So. Yes, yes. Sehr wichtig. Ich habe zwei bekommen. Das war sehr wichtig. Ich bin zwei gestorben. Aber ich habe zwei bekommen. Das heißt, positiv. Positive KD. Und so. Dann springe ich jetzt wieder hin. Achso. Manchmal erkenne ich nicht, wo ich hinspringe. Und dann so merke ich gerade... Oh, ich bin auf den Turm gesprungen. Das war belastend. Das war mehr als belastend. Aber okay. Ich wollte eigentlich wieder auf den Turm halt drauf. Damit einer den Turm übernimmt. Muss ja einer übernehmen. Okay. Ja, nice. Hier rauf, rauf. Den Turm übernimmt. Nein, nein, nein. Du kriegst uns nicht. Du kriegst uns nicht. Sehr gut. Ah, ich... Es ist so wenig Platz hier. Manchmal falle ich dann einfach so runter. So, Teamate bleibt da noch oben drauf. Dann werden wir mal ein bisschen in den Angriff gehen und sterben. Sehr gut. Aber wir sind noch ganz gut dran. Wir sind noch ganz gut dran. Aber es heißt nichts. Das heißt doch lange nichts. Das heißt doch lange nichts. Wir wissen es ja. Tschüss. Ah, der ist doch runtergesprungen. Ja, Peer-to-Peer. 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 Ich liebe es. Also ich habe mich ja jetzt wahrscheinlich auch voll in die falsche Richtung gezielt. Als wegen Peer-to-Peer. Warum ist der oben nicht gestorben? Danke, dass du stirbst. Ach, nee. War da noch so ein Sprengkler da unten. Es lebt nur noch einer. Jetzt traue ich mich gerade auch nicht zu springen. Ja, der ist nämlich auch gestorben. Gut, dass ich mir das nicht getraut habe. So. Ja, gut. Der hat mir den Kill abgestealt. Ist aber nicht so schlimm. Das ist so ein so machen. Wir sind hier ein Team. So, tschüss du da unten. Ach, nee. Jetzt kam da jemand hoch. Oh, jetzt machen die Gegner Punkte. Der Turm ist jetzt auf unserer Seite. Das ist nicht schön. Das ist so gar nicht schön. So, schnell hier wieder rauf. Wunderbar. Teammate ist auch wieder hier oben. Wir sind gerade zu dritt hier oben. Ist aber nicht so schlimm. Die springen da gerade alle hin. Die springen gerade da alle hin. Ja, die Doppler konnten natürlich jetzt ausweichen. Aber, ja gut. Okay. Leute, hinter euch. Hinter euch. Hinter euch. Okay, der ist ein Durchsprung. Sehr schön. Hoffe ich. So, spring ich mal da hin. Auf den Turm hinaus. Nein. Die Sirene beginnt anzudingsen. Toll. Ich hoffe mal, man hört die Sirene gerade im Hintergrund nicht. Aber, wenn doch, dann ist es halt so. Aber, ich glaube, die hört man nicht. Die hört man nicht. Ach, was ist los? Ach, was ist los? Mal wieder. Ich bin nicht bei der Feuerwehr, daher. Muss ich da jetzt nicht ausrücken. Aber, äh, Leute, die in der Feuerwehr sind, sind ja Männer. Das auf jeden Fall. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt hier mit rauf. Ich geh mal hier mit rüber. Kann hier mal was aufstellen. Auch für ein Teammate. Jetzt. Ja, also, ich hab den da hinten noch mitgenommen. Sehr schön. Der Torpedo hat mich bekommen. Okay. Okay, okay. Let's go. Hier hinspringen. Unten. Hier. Aufräumen. Aufräumen. Da oben ist der Bogen. Ich lenke den Bogen ab. Das ist auch ein Rücken. 4, 3, 2, 1. Yes. 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 Jetzt. Sehr schön. Okay, Leute. Das war's. Das war's. Und so war normale Länge der Part. Normale Länge, würde ich mal behaupten. Gut. Wartelrunden muss ich noch rausschneiden. Kann sein, dass es doch ein bisschen kürzer als sonst ist. Aber, äh, trotzdem bin ich zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Außer dir eine Niederlage. Die war bitter. Die war sehr bitter. Die hätte nicht sein müssen. Aber so, doch, kann man auf jeden Fall sehr doll zufrieden sein. 19 Külze habe ich. Was? Ich habe auch zwölfmal gestorben. So, okay. Wie sieht es aus? 255 Punkte. Das ist, äh, sehr gut. Das heißt, da habe ich 200 Punkte plus gemacht. Ich habe 200 Punkte plus gemacht. 55 Punkte habe ich ja bezahlt. Ich war vorher bei 100 Punkte. Jetzt bin ich bei 300. Ist ja nice. Damit bin ich zufrieden. Damit bin ich zufrieden. Alles klar. Dann war es das jetzt hier mit Rangkampf. Nächste Woche geht es dann wieder mit Revierkampf weiter. Und den nächsten Rangkampfpart gibt es erst wieder in zwei Wochen im neuen Jahr. Also von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns. Bis dahin. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017